Ich erschrecke ihn jetzt ab. So. Danke. Zugabe. Okay, gut, bin ich gerade auch aktuell damit unterwegs und wenn du, aber gut gemacht. Aber ich hätte, mein gut, wenn der Song jetzt fünf Jahre alt gewesen wäre, vielleicht nicht drauf kommen. Okay, weiter geht's. Das war der erste, der war noch einfach zum Warmwerden. Was? Hä? Ein Deutscher oder ein Englischer, kannst du das sagen? Ich bin ja pandemieweit. Aber Deutsch. Ein deutscher Song, greifen. Was machst du da? Greifen oder was machst du da? Wer macht denn immer so? Wer macht so? Keine Ahnung, deine Mutter? Zum Beispiel, wenn ich jetzt dir was, also ich darf hier nichts sagen, nee, stopp, das müssen wir ja schneiden. Ich darf hier nichts sagen, zum Beispiel, wenn ich jetzt machen, also normal, meistens habe ich mir so einen Mantel an. Exhibitionisten. Nein. Wenn du so einen Mantel an hast. Warte, warte, ich mache einen Trick, warte. Warte, warte. Zauberer. Magier. Jetzt habe ich mich behindert, also ein deutscher Song von mir. Es gibt doch gar nichts. Ähm, magisch. Magisch. Zugabe. Sehr gut, aber das war schon schwer. Aber das war schwer. Ich ohne dich. Zugang. Mann, der ist ja gut. Aber jetzt mache ich noch was schweres, pass auf. Ja. Welte in der Glase? Zusage. So, noch eins. Ich bin wieder da. Ich muss noch was holen. Moment. Das ist die Welt. Das war die runde Welt. Aha. Automobil. Ja, also ein Song, der ich hier auch schon weiß, ist Automobil. Und wenn du das machst, ähm, auch deutsch, nämlich ein deutscher Song. Meins? Aber wieso holst du ein Auto? Warte mal, jetzt kann ich ganz kurz überlegen. Wenn du sagst... Und das Album ist noch von... Ah, aus dem Bauch. Das Album ist aus dem Bauch und ich hatte dadurch den Titel Mein Automobil. Deswegen war ich von der ersten Sekunde richtig, als ich das Ding schon gesehen habe. Ja, ja, ja. Mein Automobil. Ich lade ihn gewinnen. Super gemacht. Danke dir. Sehr lustig auf jeden Fall. Weißt du siehst, ey. Sehr lustig auf jeden Fall.